Magdeburg, Finale, oh, an Tag 5 von Shopping Queen aus Magdeburg steht Katharina, 47, auf dem Laufsteg. Doch Juro Agido Maria Kretschmer, 49, ist gar nicht zufrieden mit ihrem Look. Die Magdeburg-Erin will am heutigen Freitag, gemeinsam mit Shopping-Begleitung und Tochter Ginette, 26, das perfekte Outfit für das Motto heraussuchen. Ein komplett weißer Look mit einem farbigen Accessoire soll her, und das alles in 4 Stunden mit nur 500 Euro. Gleich im ersten Laden werden die beiden fündig, ein rüschiges Kleid im Boho-Stil, was Katharina sofort gefällt, und Guido auch. Doch dann hat sie eine verrückte Idee, ihr gefällt der obere Teil des Kleides nicht, also kauft sie prompt eine Schere und schneidet das Stück auseinander. Jetzt wird's gefährlich, meint Guido schockiert. Das ist jetzt kreativ? Das ist doch destruktiv. Finale bei Shopping Queen aus Magdeburg Wer nimmt das Krönchen mit? Ursprünglich wollte Katharina das Oberteil noch als Jäckchen tragen, auch wenn es hinten durch das Ausschneiden etwas fransig geworden ist. Fransen ist gut, kommentiert der Designer, sie sieht aus, als ob sie vom Wehrwolf angefallen wurde. Diese Idee verwirft die Magdeburg-Erindern aber doch, sucht sich ein weißes Oberteil, passende Schuhe sowie Klatsch noch im gleichen Laden aus, und dann geht es auf die Suche nach dem bunten Hinguckerteil. Da greift die 47-Jährige zu einem Zartrosa-Bläser. Doch Guido ist gar nicht beeindruckt. Das wäre schon eine Nummer, das ist am Thema vorbei, meint der 59-Jährige. Ich verstehe den Look gar nicht. Als sich die berufliche Sachbearbeiterin dann auch noch aus Schnürsenkeln ihren eigenen Schmuck bastelt, ist es mit dem Wohlwollen vom Shopping-Queen-Juror komplett vorbei. Das habe ich ja noch nie gesehen, das sieht aus wie eine orthopädische Hilfe. Wie Katharinas finaler Look aussieht, welche Wertungen Guido vergibt und wer am Ende das Krönchen aus Magdeburg mitnimmt, erfahrt ihr am heutigen Freitagnachmittag um auf Vox oder schon vorab auf RTL Plus.